Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit das perfekte Geheimnis von Bora Daktekin. Die deutsche Filmförderung wirft ja gern unser Steuergeld zum Fenster hinaus und sie tut es hier auf besonders irre Weise, denn diesen Film gibt es schon. Es gibt ein italienisches Original, Perfetti Sconosciutto und man könnte jetzt natürlich, wir haben ja ganz gute Synchronsprecher, diesen Film einfach synchronisieren, aber nein, warum nicht einfach eine eigene Version drehen? Wir sind, muss man dazu sagen, aber nicht das einzige Land, mehr als zehnmal wurde jetzt dieses Original schon neu verfilmt. Unter anderem gibt es bei Netflix die französische Version zu bestaunen und es ist auch ganz erhellend, das Ganze mal miteinander zu vergleichen, denn die deutsche Version, die hat doch ein paar entscheidende Änderungen vorgenommen, die dazu führen, dass aus diesem Film ein schwulen und frauenfeindliches Werk geworden ist. Man muss das so in aller Deutlichkeit sagen. Ja, der Rechtsruck, der spiegelt sich auch in der deutschen Komödie wieder. Regisseure wie Til Schweiger oder Bora Daktekin helfen dabei mit ihren Machwerken kräftig mit. Während Til Schweiger dabei mit dem Holzhammer seine regressive Ideologie dem Zuschauer einhämmert, geht Bora Daktekin minimal subtiler vor. In der Facio Goethe-Reihe konnten wir ja schon erleben, wie wir uns zu sozial Schwachen zu verhalten haben. Wir sollen sie nämlich verachten. Die Hauptschüler wurden da gegängelt, beleidigt und überwacht, ihre prekären Elternhäuser ausgestellt. Die Schüler wurden zu wirtschaftlich verwertbaren Subjekten gemacht. Ich habe das in drei Filmanalysen ja deutlich belegt. Aber dies sind eben nicht die einzigen Opfer der deutschen Komödie. Attackiert werden auch Frauen und Schwule, wie etwa in Til Schweigers Klassentreffen 1.0. Genau daran schließt das perfekte Geheimnis jetzt an, allerdings etwas raffinierter. Erzählt wird die Geschichte von drei Paaren und wir bleiben bei den Schauspielernamen. Das macht es einfacher. Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring, Caroline Herford und Elia Sembarek, Jelle Hase und Frederik Lau. Und dann gibt es noch Florian David Fitz, der kommt allein. Seine Freundin sagt, er sei krank und deswegen nimmt er alleine dort am Tisch Platz. Und sie wollen eigentlich einen netten Abendverleben kommen, aber dann auf eine Idee. Einfach nur essen, ein bisschen quatschen reicht vielleicht nicht. Wir machen jetzt mal ein Spiel. Jeder muss sein Smartphone, das so eine Art Blackbox ja für jeden ist, auf den Tisch legen. Und egal welche Nachricht kommt, der muss sie laut vorlesen. Und wenn ein Anrufer kommt, das Ganze auf Lautsprecher stellen. Wer hat also hier etwas zu verbergen? Nun, es gibt so einiges. Jessica Schwarz zum Beispiel will sich einer Brust-OP unterziehen und hat darüber nicht mit ihren Freundinnen gesprochen. Jelle Hase hat noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund, Caroline Herford. Die erzählt ihrer besten Freundin so einiges über ihr nicht vorhandenes Sexleben. Die Frauen kommen dabei durchweg schlechter weg. Nicht nur durch ihre Taten, sondern durch die Haltung, die der Film zu ihnen einnimmt. Denn es gibt eine Rahmenhandlung. Der Film beginnt eben nicht mit diesem Aufbruch zu dem Essen, wie das die anderen beiden Versionen tun, sondern dieser Film hat hier eine Neuerung. Es gibt einen Rahmen, nämlich sehen wir ein Amateur-Video von den Jungs von damals, die jetzt hier am Tisch als erwachsene Männer sitzen, um wie sie da irgendeinen Mist anstellen. Dieser Film schlägt sich also auf die Seite der Jungs und sagt hier, diese Freunde, die waren schon damals befreundet. Und er schließt auch damit, dass die noch immer befreundet sind und dann noch immer durch die Natur tollen. Also dieser Film positioniert sich ganz klar und diese Abweichung ist, wie wir sehen werden, nicht zufällig. Jessica Schwarz Rolle, die gleicht sehr der Rolle, die wir in der italienischen und der französischen Version finden. Bei Caroline Herford aber sieht das schon anders aus. In der französischen und italienischen Version, da trägt ihre Rolle an dem Abend keinen Slip, denn es kommt heraus, sie hat eine Facebook-Bekanntschaft, die sie noch nie getroffen hat, aber sie machen da so manchmal so Spiele, geh doch mal heute Abend ohne Slip irgendwo hin. Und es ist auch in der deutschen Version so, dass Caroline Herford keinen Slip trägt, aber aus einem vollkommen anderen Grund. In der deutschen Version arbeitet sie in einer Werbeagentur und auf Geheiß ihrer Chefin hin zieht sie keinen Slip an, um den Kunden für sich zu gewinnen. Das heißt, sie soll den Kunden verführen, damit er ein Geschäft abschließt. Und als das herauskommt, da klagt dann auch Caroline Herford, dass sie eigentlich auch gar nicht emanzipiert sein will und dass sie eigentlich ihrem Beruf gar nicht nachgehen will, sondern sich danach sehnt, einfach nur ein Muttertier zu sein. Und gezeigt wird dann zugleich der arme Vater, also Elias Mbarek, der sich um die Kinder kümmert und nicht arbeiten gehen darf. Und was hier aufblitzt oder was hier ganz deutlich wird, ist ein uralter, frauenfeindlicher Diskurs. Nämlich, die Frau soll in der häuslichen Sphäre verweilen, während der Mann hinaus muss. Und dreht sich das aber einmal um, wird die Frau zu einer Person, die in der Öffentlichkeit stattfindet, dann ist etwas, was wir schon bei Schiller antreffen können. Nämlich, dann wird die Frau mit einer Prostituierten gleichgesetzt. Es gibt ein berühmtes Gedicht von Schiller, Die berühmte Frau. Und dieses Gedicht handelt von einer Frau, die nicht zu Hause einfach ist, sondern sie ist Schriftstellerin. Und über diese Frau heißt es dann, der Mann klagt auch hier, Mein Weib gehört dem ganzen menschlichen Geschlechte, vom Belt bis an der Moselstrand, bis an die Appinnenwand, bis an die Vaterstadt der Moden. Wird sie in allen Buden Pfeil geboten, muss sie auf Diligenzen, Paketboten und jedem Schulfuchs, jedem Hasen kunstrichterlich sich mustern lassen. Was hier also gesagt wird, ist, die Frau, die in der Öffentlichkeit stattfindet, die ist leicht zu haben, die gehört allen Männern. Das ist quasi eine Prostituierte. Und genau dieser Diskurs wird hier in dem Film fortgesetzt. Und dazu passt dann auch, dass man natürlich von Caroline Herford dann immer als der Emanze spricht. Auch keine Solidarität gibt es unter den Frauen. Und Frauen, die irgendwie jünger sind oder so, die werden dann auch noch zusätzlich als Schlampen tituliert. Die interessanteste Figur bei der ganzen Geschichte ist Jella Hase. Jella Hase wird irgendwann diese Gesellschaft verlassen. Ihr reicht es irgendwann. Sie wird die Betrügereien von Friedrich Lau irgendwann nicht mehr ertragen. Und das ist sehr interessant, dass sie geht von dieser Partie. Und auch am Ende, wenn noch mal gezeigt wird, was die Figuren jetzt machen, dass das nicht mehr aufgegriffen wird, was aus Jella Hase geworden ist. Denn sie entzieht sich der Herrschaft der Männer und der damit verbundenen bürgerlichen Ideologie. Denn sie ist auch, das erfahren wir, durch ein Erbe finanziell unabhängig. Das heißt, die anderen Frauen müssen die Frauenfeindlichkeit aushalten. Aber sie immerhin hat die Chance zu gehen. Aber der Film stellt das nicht in irgendeiner Weise besonders positiv dar. Aber es ist die interessanteste, die eigentlich emanzipatorische Figur im Film. Elias M. Barik und Florian David Fitz tauschen derweil ihre Handys. Denn Elias M. Barik hat da so einen Flirt und bekommt von einer Frau immer Nacktfotos geschickt. Und da die Freundin von Florian David Fitz nicht anwesend ist, könnte er das doch entgegennehmen. Dann sei das alles halb so wild. Doch plötzlich kommt dann auch eine Nachricht auf dem Handy von Florian David Fitz an. Und da meldet sich ein Mann. Er ist ganz harmlos. Irgendwann ruft er an und sagt, du kannst dir wohl immer noch nicht eingestehen, ob du jetzt auf Männer oder auf Frauen stehst. Und dann schickt er noch eine Nachricht nach und sagt, ich vermisse deine Küsse. Was hier also passiert ist, dass Elias M. Barik nun die Rolle des Schwulen annehmen muss. Und sie erfahren jetzt, aha, da ist einer schwul. Damit eskaliert die gesamte Situation des Abends. Caroline Herford ist als Ehefrau vollkommen entsetzt. Und dann wird über lange Strecken immer wieder gesagt, der ist eine Schwuchtel. Was, der ist eine Schwuchtel? Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass der eine Schwuchtel ist. Jetzt muss man der Genauigkeit halber sagen, auch im italienischen Film heißt es Froscio und in der französischen Fassung Le Pédé, also auch dort wird der Begriff Schwuchtel verwendet. Aber hier wird das in der deutschen Version noch einmal ganz deutlich gesteigert. So sagt dann Elias M. Barik. Kannst du dir vorstellen, dass dein Mann so etwas Krankes machen würde? Dann wird noch gesagt, ja, der ist wohl schwul, weil er auch schlecht im Fußball ist. Und dann heißt es da, ich will das gar nicht alles wiederholen von in den Arsch stecken und so weiter. Also es wird ein homophober Diskurs ausgebreitet in einer Länge, wie es in den beiden anderen Filmen überhaupt nicht stattfindet. Und dann gibt es noch etwas, und das ist das Entscheidende. Es gibt in der italienischen und in der französischen Fassung kein Happy End. Nein, es ist so, als herauskommt, wem das Handy da eigentlich gehört, wer also eigentlich schwul ist, dass man anstalten macht, sich ein bisschen zu entschuldigen, aber eigentlich ist das Porzellan zerbrochen. Das ist hier nicht mehr zu kitten. Man geht also seiner Wege. Offen bleibt ein bisschen, hat dieser Abend wirklich so stattgefunden. Es herrscht Mondfinsternis. Es ist eine bisschen surreale Atmosphäre zugleich. Aber es ist auf jeden Fall in beiden Versionen ein desillusionierender Schluss, der nachdenklich stimmt. Aber Nachdenken in einer deutschen Komödie, nein. Das ist natürlich undenkbar. Ein Happy End muss her, und zwar mit der Brechstange. Die Verlogenheit der bürgerlichen Gesellschaft wird hier ja durch dieses Smartphone-Spiel ganz gut aufgedeckt. Aber die bürgerliche Ideologie will es dann in der deutschen Version, dass die Widersprüche, die sich hier ganz klar auftun, sofort wieder verschleiert, vertuscht werden. Es ist eben nicht so wie einem großen Well-Made-Play von Edward Orby, Wer hat Angst vor Virginia Woolf, wo am Ende alles zerbrochen ist. Und es ist eben auch nicht so wie in der italienischen oder der französischen Fassung, wo man mit einer großen Melancholie das Kino verlässt. Fragwürdig ist es natürlich überhaupt, warum die maximale Eskalation ausgerechnet darin liegen muss, dass eine Figur schwul ist. Aber lassen wir das mal beiseite. Die drei Freunde, für die Schwulsein eben noch als krank, widerwärtig und ekelhaft galt, die die ganze Zeit von Schwuchtel gesprochen haben, die verprügeln dann bald einen, und das wird nachgetragen sozusagen nach dem Abend, einen solchen Schluss gibt es eben in den beiden anderen Fassungen nicht, die verprügeln dann einige Tage später einen Schwulenhasser. Das ist nämlich der Vater eines Schülers, denn Florian David Fitz ist Lehrer und er wird von diesem Vater bedroht. Er soll die Schule verlassen, er sei schließlich schwul und so weiter. Florian David Fitz erzählt das schon an dem Abend, dass er es da sehr, sehr schwierig an der Schule deshalb hat. Aber da hat man wenig Mitleid für ihn. Da sagt man nur, ja, verklag ihn doch. Und man will gar nicht verstehen richtig, warum er das eben nicht so einfach tun kann. Aber jetzt schwingen sich eben diese drei Freunde auf und verprügeln diesen homophoben Vater. Wie ist das nun zu erklären? Warum braucht die deutsche Fassung genau diesen Schluss? Hier wird nun die rechtskonservative Haltung des Films überdeutlich. Das hat nämlich einen Grund, warum es sozusagen diesen Entschuldigungsversuch gibt und dieses Happy End hergestellt wird, dass die vier dann wieder beste Freunde sind und dann wieder irgendeinen Ausflug machen können. Erstens, die bürgerliche Mitte versteht sich eigentlich als sauber. So sauber wie diese Einrichtungswelt, wie dieser Möbelhauskatalog, der real geworden ist, in dem das Ganze angesiedelt ist, diese alberne Handlung. Das heißt, für die bürgerliche Gesellschaft ist das Böse immer da draußen, aber nie Teil des Ganzen. Das kann man sehr schön sehen, wenn es Gewaltdelikte gegen Frauen gibt, dann wird erst einmal geschaut, gibt es da irgendwie einen Migrationshintergrund, einen religiösen Hintergrund oder so. Können wir irgendetwas konstruieren, dass man sagt, das hat nichts mit uns zu tun, das muss irgendetwas anderes sein. Ist es dann aber doch tatsächlich jemand aus der bürgerlichen Mitte, dann wird gesagt, naja, es war wohl ein geistig Verwirrter. Es gibt also kein strukturelles Problem. Man kreiert am besten einen Sündenbock, auf den man das alles abschieben kann. Und so ist es auch hier. Da draußen ist ein Homophober, dieser eine Vater, aber wir doch nicht. Der zweite Punkt ist, das Ganze dient der Kompensation im wahrsten Sinne des Wortes. Diese drei haben eigentlich nach dem, was sie gesagt haben, nur eine einzige Möglichkeit. Sie können ihn um Verzeihung bitten, Florian, damit wird sie können sagen, wir haben Furchtbares gesagt. Wir haben uns auch selbst dabei ertappt, wie verbohrt wir noch denken. Wir bitten um Verzeihung und geloben es nicht mehr zu tun. Aber genau das passiert hier nicht, sondern sie machen etwas und sagen dann noch sowas wie, ich hoffe, du nimmst das als Entschuldigung an. Also sie verprügeln den und dann ist gut. Das erinnert natürlich an das Kompensieren von Flügen. Man tut der Umwelt einen großen Schaden an und gibt dann ein bisschen Geld auf, dass irgendwo Bäume gepflanzt werden, als sei dann wieder alles gut. Das ist eine vollkommen irre Ideologie. Stellen wir uns vor, wir würden morgen zu unserem Freund oder unserer Freundin ohrfeigen und sagen, Schatz, reg dich nicht auf, heute Abend bringe ich Blumen mit. Aber genau das ist die Ideologie des gerechten Tauschs, wie es Theodor W. Adorno nennen würde. Nämlich die bürgerliche Ideologie, dass man alles in Geschäftsverhältnisse bringen kann, dass man alles gerecht tauschen kann und dass dann alles wieder gut ist. Homophobe Hetze gegen das Verprügeln eines schwulen Hassers und dann kommen wir wieder auf Null raus. Als seien menschliche Beziehungen eigentlich nur Geschäfte. Aber auch bei kapitalistischen Geschäften ist es eben so, dass eine große Ungleichheit dabei besteht. Die Verletzung hat ja hier im Film der Schwule dennoch zu tragen. Die hat er ja nun mal erlitten. Wie der Arbeiter auch einem solchen Tausch ausgeliefert ist. Er produziert ganz viel. Er erwirtschaftet seinen Lohn, aber er erwirtschaftet noch mehr. Diesen Rest aber, den er erwirtschaftet, den behält der Kapitalist als Mehrwert ein und der Arbeiter bekommt nur einen Teil ausgezahlt und soll dafür noch dankbar sein. Deswegen heißt es immer Arbeitnehmer und das andere ist dann der Arbeitgeber. Und so ist es eigentlich auch hier. Er hat etwas erlitten und er bekommt jetzt aber dafür ein bisschen was zurück. Nämlich jetzt ist der Vater da verhauen worden und die Freunde konnten auf Kosten ihres Freundes Schwulenwitze machen und konnten diese genießen. Und jetzt kassieren sie nochmal einen Mehrwert dadurch, dass sie auch noch als Helden gegen Homophobie sich stilisieren können. Und drittens ist dies ein paternalistischer Akt, ein bevormundender Akt. Die Herrschenden, also die drei Freunde, die ohnehin immer auf der richtigen Seite zu stehen scheinen, die bestimmen, wer tolerierbar ist und wer nicht. Die Minderheit, hier also der Schwule, muss sich dem entweder unterwerfen oder er ist in dieser Gesellschaft allein und hat keine Freunde mehr. Was der Film als Plädoyer schlussendlich für Toleranz verkauft, dass die dem einen mal ordentlich eins aufs Maul geben, ist in Wahrheit vollkommen regressiv und bevormundend. In Fakio Goethe war es so, dass einmal der Autist in der Filmreihe, aber auch die sozial Schwachen sich dem Regime der Mehrheit unterwerfen mussten und dann wurden sie auch anerkannt, sonst aber nicht. Und hier haben wir es folgendermaßen zu tun, dass der Schwule sich dem unterordnen muss, was sie da vorschlagen. Hier ist unser Entschuldigungsangebot und jetzt nimm es einfach an. Abgestoßen zu werden, ist allerdings auch eine Chance. Diese ergreift Jelle Hase. Sie sagt, zu dieser Gesellschaft will ich nicht gehören. Sie schminkt sich einen sehr, sehr roten Mund und dann verlässt sie diese Gesellschaft. Man kann sich aus einer repressiven Gesellschaft, also lösen und dann selbst einen Schritt in die Freiheit tun. Der kumpelhafte Klammergriff im Film aber kettet Florian David Fitz an eine Gesellschaft, die sein So-Sein nicht akzeptiert. Die Geschichte wird hier ganz eindeutig von Siegern gemacht und Fitz ist der Verlierer. Anders ist es eben bei Jelle Hase. Und sie folgt damit einen Weg, der sich schon auftut in einer wunderbaren Erzählung von Jean Cocteau. Das Weißbuch heißt diese Erzählung. Und diese Erzählung handelt von einem Schwulen, der auch so ein bisschen toleriert wird, der dann auch noch in ein Kloster gehen will und dort wird er dann gefragt, ob es ihm dann vielleicht doch nicht so ganz bequem hier sein könnte oder so. Und dann antwortet er dem Mönch, dieser Schwule, mein Vater, erwiderte ich, ich habe Gründe anzunehmen, dass dieses Reklement für mich zu lasch wäre. Ich lasse es mit meinem Versuch hiermit bewenden und werde mich stets eures herzlichen Empfangs entsinnen. Er verlässt also auch diese repressive Gesellschaft. Und am Ende heißt es dann, dass Laster, also dass er nicht akzeptiert wird, wirklich akzeptiert wird, liegt bei der Gesellschaft und nicht in meinem aufrechten Gang. Ich ziehe mich zurück. Dank des Strafgesetzbuches, das seit Napoleon und dem Lebenswandel des Chefs seiner Justiz, Cambra Serère, noch immer gilt, bringt mich dieses Laster in Frankreich nicht ins Gefängnis. Aber ich dulde nicht, dass man mich toleriert. Dafür bin ich zu verliebt in die Liebe und in die Freiheit. Denn diese Form der Toleranz, die hier am Ende im Film uns dargeboten wird, die liebt die Freiheit nicht. Die ist in Wahrheit repressiv. Es ist dann auch ganz, ganz entscheidend, warum das eigentlich stattfindet. Ist das einfach nur ein Film, der ein bisschen intolerant ist? Nein, ich glaube, diese Homophobie in diesem Film und die Frauenfeindlichkeit hat wie im Klassentreffen 1.0 eine ganz strukturelle Funktion. Ich habe das damals mit Verweise auf Herbert Marcuse dargelegt. Die bürgerliche Gesellschaft muss sich reproduzieren und will ihre Herrschaft reproduzieren. Und da stören alle, die der Heterosexuellen, der männlich dominierten Ideologie in irgendeiner Weise widersprechen. Das sind einmal eben die Schwulen oder es sind die Emanzen. Es gibt etwas ganz Interessantes, dass es eine Szene gibt darüber, ob man Kinder aus Egoismus zeugt oder aus Altruismus. Und Florian David Fitz verweist dann darauf, dass es auch egoistisch sein kann, Kinder zu haben. Und da gibt auch Jessica Schwarz im Recht und sagt zumindest, dass viele Paare das vielleicht tun, um sich jung zu fühlen. Aber man muss generell sagen, dass natürlich Kinder kriegen kein altruistischer Akt ist, sondern man tut das, weil man das gerne möchte. Und man muss hier aber bedenken, wenn man sich diese bürgerliche Gesellschaft ansieht, die hier gezeichnet wird, dann ist das Reproduzieren nicht nur das neue, ein Kind auf die Welt bringen, sondern Reproduzieren meint hier auch, mit dem neuen Kind die Herrschaft zu vererben, dass man sich weiterhin abschotten kann in dieser Möbelhauswelt. Das ist, was wir hier in diesem Film sehen, also eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, einen Frauen- und Schwulenfeindlichen Film zu machen. Denn die anderen beiden, die italienische und die französische Version, zeigen ja, dass es auch anders gehen würde. Aber man hat sich bewusst dagegen entschieden. Man wollte bewusst diese unterdrückerische Ideologie forcieren. Man wollte es, damit wir nur schauen, aber nichts sehen. Vielen Dank.